Okay, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Super Mystery Dungeon mit mir dem Regi. Und in der heutigen Episode widmen wir uns Darkrai auf der Rätsel-Ebene oder Prüfungsebene. Ah, egal, wir werden da gleich sowieso reingehen und dann sehen wir den Namen. Jedenfalls, wenn ihr euch jetzt fragt, yo Regi, warum bist du denn bitteschön auf dem Teamrang Großmeister, also den Maximalrang, den Rang, den wir als nächstes erreicht hätten, das liegt an folgendem. Gestern kam keine Folge, weil ich hab zweimal versucht, das Video aufzunehmen. Zweimal ist mir mitten im Dungeon das Spiel abgestürzt, die Software. Und dementsprechend konnte ich leider keine Folge gestern bringen. Ich bitte das wirklich dringend zu entschuldigen, weil ich hatte da echt keinen Einfluss drauf und es tut mir wirklich leid. Und eigentlich wollte ich das ja täglich bringen, aber in der Situation blieb mir leider nichts übrig und um 8 Uhr abends wollte ich dann keine Folge mehr bringen, weil ich da auch noch gestreamt hab und so und alles. Ach, ich vergesse es, Leute. Jedenfalls, ja, wir haben den Teamrang Großmeister erreicht, das ist der letzte Teamrang, den wir auch als nächstes erreicht hätten. Auf diesem Teamrang haben sich uns Blanas und Megalon angeschlossen. Also die beiden letzten oder relevanteren Storycharaktere haben sie uns dadurch jetzt auch endlich angeschlossen, was ich ziemlich gut finde. Zwei neue Pokéen sind immer gut. Wir haben als Itembelohnungen AP-Brause bekommen, wieder Restadero-Medaillen, 50 Goldbarren und unsere vorgefertigten Teams sind von 9 auf 10 angestiegen. Zusätzlich haben wir noch zwei Dungeons freigeschaltet und zwar einmal den Dungeon von Zygard und dann noch den Dungeon von I-Weltal. Also die beiden können wir, wenn wir jetzt wollen, auch nochmal aufsuchen, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Naja, ich will heute auf jeden Fall keine Zeit verlieren und ich will sowieso nicht lange drum herum reden, weil wenn der Dungeon wieder abstürzt, ja, shit happens. Deswegen gehen wir direkt zum Berg der Prüfung. Das sind 22 knallharte Ebenen, die uns erwarten. Wobei knallhart ist relativ, so hart ist der Dungeon nicht und wir nehmen auf jeden Fall Hitran mit. Und ich hatte in meinen zwei vorangegangen versuchen auch noch, wo ist das gute Ding, genau, Trikephalo im Team. Ah ja, weil es ein guter Backup-Attacker ist mit Feuerohr, der muss nur hinterhalten und Drachenpuls macht auch guten, oder solide To-It-Care aus. Auf die gegendischen Pokémon dort und deswegen ist das, glaube ich, ein Team, mit dem man auf jeden Fall leben kann. Also, wie gesagt, 22 Ebenen, ich bin beim ersten Versuch auf 15 gekommen, beim zweiten auf keine Ahnung was, aber es war auf jeden Fall, naja, ziemlich schade eigentlich, dass das Spiel dann an so einer Stelle abgestürzt ist. Ich fand's echt blöd und ärgerlich und egal. Vergessen wir das, widmen wir uns einfach mal den schöneren Dingen im Leben und zwar Pokémon Super Mystery Dungeon, vor allem Darkrai. Leute, was ist eure Meinung zu Darkrai? Das habe ich jetzt vor euch jedes Mal bei dem Legitieren zu Pokémon zu fragen. Und zwar, ja, was eure Meinung zu dem legendären Pokémon ist, was wir dann in der Episode holen werden. Und heute ist halt Darkrai dran und deswegen frage ich euch, was eure Meinung zu Darkrai ist. Ja, meine Meinung zu Darkrai ist einfach nur, dass Darkrai eins der epischsten, coolsten und krassesten legendären Pokémon überhaupt ist, meiner Meinung nach. Ich meine, es sieht ziemlich badass aus. Und jeder, der da was anderes behauptet, der tut mir jetzt schon leid. Ne, aber Darkrai ist einfach nur unglaublich badass. Ja, allein schon wie es aussieht. Es hat den Unlicht-Typen und nicht Pokémon sind in der Regel immer badass. Fragt mich nicht warum, aber es ist irgendwie immer so gewesen bis jetzt. Und Darkrai hatte auch in der Afterstory von Pokémon Mystery Dungeon 2 eine größte Rolle. Dort war es dann nämlich in der Afterstory, wobei, ich will es nicht spoilern, aber dort hat es in der Afterstory eine wichtige Rolle eingenommen. Ja, und hier ist er auf jeden Fall ein Endgegner, der uns dann wahrscheinlich auch wieder einen Ringel geben wird. Welcher Ringel das sein wird, das frage ich mich jetzt sogar auch schon. Und selbst wenn er uns keinen Ringel geben sollte, haben wir zumindest Darkrai dann in unserem Team. Ja, der Dungeon von Darkrai, was kann ich dazu sagen? Eigentlich nicht sonderlich viel, außer dass es hier unglaublich viele Gift-Pokémon gibt. Was ich gar nicht ganz verstehen konnte, weil ich hätte jetzt hier mit mehr Undicht-Pokémon gerechnet. Aber es gibt hier wirklich unglaublich viele Gift-Pokémon. Und diese Gift-Pokémon können eines vor allen Dingen, und zwar Toxin. Das heißt, sie können uns alle, ähm, ja, schwer vergiften. Und schwere Vergiftung in Mystery Dungeon mag vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so hart klingen. In der generellen Vergiftung klingt ja in Mystery Dungeon nicht so hart, aber eine schwere Vergiftung ist schon echt hart, weil wir nehmen jede Runde, oder beziehungsweise innerhalb von sehr wenigen Schritten, konstant Schaden. Und, äh, das ist dann halt Schaden, der nicht gerade wenig ist. Ich meine, ich glaube, der Schaden bewegt sich dann immer fix, und zwar auf 6 Schaden. Ich glaube, alle 6 oder 7 oder 8 Schritte, 6 bis 8 Schritte, ich weiß es nicht, nimmt man halt konstant Schaden. So, ganz nebenbei, Leute, die Musik hier in den Dungeon. Hört sie euch mal an, ich lasse sie mal einfach so auf euch, äh, niederprasseln. Und was haltet ihr davon? Ich persönlich finde diese Musik extrem. Und jetzt kommt's. Episch. Ich weiß nicht warum, aber sie wirkt sehr mysteriös auf mich, geheimnisvoll und vor allen Dingen auch, ja, was heißt vor allen Dingen auch, es wirkt einfach auch wirklich sehr mysteriös auf mich. Und das passt einfach wie die Faust aus Gauri zu Darkrai, weil Darkrai halt auch ein mysteriöses Pokémon ist, meiner Meinung nach. Ein extrem mysteriöses Pokémon. Und, äh, diese Musik passt da echt, 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 genau, echt, echt extrem gut zu Darkrai. Kann ich nicht anders sagen. Und, uh, die Sandsturm. Ah, okay, wir haben ein Pokémon, das davon Schaden nimmt. Könnte ein Problem sein, eventuell, und zwar Trigephalo. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay, aber Hedran, muss ich gestehen, ist auf jeden Fall der Meister der AOE-Effekte. AOE-Effekte, wenn ihr es nicht wisst, Leute, Attack on Everything, also Schaden auf alles. Und da ist Darkrai meiner Meinung nach auf jeden Fall ein ziemlich guter Meister drin. Oh. Also, das Klimaringel von unserem Quajutsu ist schon fast voll. Gefällt mir. Okay, und die haben jetzt auch noch Schadensrevanche drauf. Das ist auch ziemlich gut. So als Effekte Plus ist auf Hedran ziemlich gut. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, Erdkräfte zum Beispiel irgendwie die Schicksalverteilung droppen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass Hitze werden den Gegner, ähm... Na, jetzt verbraucht er so unglaublich viel Erdkräfte-AP. Wow. Wow, das ist unglaublich viel AP, die da flöten ging. Naja, egal. Und Hitze hat eine erhöhte Verbrennungschance. Also ziemlich solid, wenn ihr mich fragt. Und das ist, glaube ich, mein bis jetzt schlechtester Run von allen drei Runs, die ich bis jetzt hatte. Ich glaube, zu der Zeit war ich schon... Trifft das jetzt? Nee, leider nicht. Zu der Zeit war ich schon, ähm... Fast durch. Nee, nicht fast durch, nur nein. Aber ich war schon auf Ebene sieben oder so in meinem zweiten Versuch. Ah, also jetzt gerade läuft's gerade nicht so flüssig. Aber gut. Aber gut! Ich will mich hier mal nicht beschweren. Okay. Was ist das blöd? Jetzt gibt's wieder Giftpucken hier. Und beim ersten Versuch habe ich hier tatsächlich sogar jedes Mal die ersten drei Ebenen konstant durch mein Quajutsu vergiftet bekommen. Das war sehr ärgerlich und vor allen Dingen auch interessant, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das Mockmock schläft, das lassen wir auch weiterhin schlafen. Ich versuche einfach hier nur weiter intuitiv vielleicht Glück zu haben. Vielleicht finde ich ja dann doch irgendwie, äh, den richtigen Weg. Ich würde mich halt drüber freuen. Ganz Revanche. Aber es reicht nicht, schade. Okay, Hedra hat keine AP mehr. Könnte ein kleines Problem sein. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann Monsterräume dodgen, ne? Ich habe gar keine Lust, jetzt hier irgendwie in so einen Monsterraum reinzulatschen. Das wäre schon echt extrem gefährlich. Vor allen Dingen so im Dungeon, wo die Monster, oder Pokémon, allesamt stark sind. Und hier sind sie allesamt sehr stark. Okay, Nachttief, hau rein. Freundebeleber, Scanner brauche ich nicht. Einfach die AP erhöhen. 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 Okay. Sehr, es ist wirklich extrem ärgerlich. Normalerweise war ich schon hier fast durch. Und jetzt muss ich hier tatsächlich nochmal, mir das Ganze antun. Naja, und es läuft halt dieses Mal nicht wirklich gut. Oder es sieht halt nicht wirklich rosig aus. Aber gut. Kann halt nicht immer gut sein, ne? Aber gut laufen. Die Führung ist super. Er soll die Trikofalo trotzdem hinkriegen. Itemsperre hin, Itemsperre her. Trikofalo. Du bist es mir wert. Okay. Leider nicht der richtige Weg. Shit. Und ich darf auch den Apfel nicht essen. What? Daher. Fassungsorb. Die Fassungsorbs könnte ich in der Gegend nutzen. Ist es eigentlich eigentlich Fassungsorb? Kann ich jetzt hier nochmal Fassungsorb benutzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier ein bisschen flüssiger durchkomme als die Maler davor. Weil, ja, Trikofalo hat jetzt auch kein Feuer-O-Dem-HP mehr. Oder keine Feuer-O-O-Dem-HP mehr. Ich meine, ich bin auf Ebene 5 und habe schon jetzt fast meinen Magen leer. Das ist auch schon ziemlich traurig. Und hier dran hat auch seine AOE-Effekte nicht mehr. Nice. Zielsicherheit. Naja. Es sollte, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein, dass ich jetzt Zielsicherheit drauf habe. Ich meine, Akerwelle trifft jetzt des Öfteren. Oder öfter mal. Das ist, glaube ich, sogar ganz gut. Okay. Wir machen mal folgendes. Eichstrahl. Reicht fast aus. Perfekt. Da oben ist Wobbo-Fett. Wohin genau? Eins. Reicht leider nicht ganz aus. Konter. Hm, das ist blöd. Boah, eigentlich ganz gut. Boah, du stirbst jetzt sowieso. Ah, ha, ha. Oh, Mann. Das ist... Also dieser Run gefällt mir gerade echt gar nicht. Wenn ich mir nicht dann so einen Direktvergleich habe. Wisst ihr? Äh. Ich habe jetzt auch gar keinen Backup mehr von meinen Teampartnern. Aber eigentlich streng genommen brauche ich den noch gar nicht. Röpser. Oh, das macht er mit dir schon Röpser. Okay. Okay. Das war jetzt ein bisschen strange. Großer Apfel. Ich will den großen Apfel eigentlich nicht benutzen. Da bin ich ein bisschen zu geizig für. Einfach normalen Apfel und go. Okay. Könnte ich jetzt vielleicht, äh... den richtigen Weg finden? Ich wäre dem Spiel ja schon sehr verbunden mit. Und... Na, komm, meinetwegen. Ah. Ich bringe jetzt jetzt Amnesie drauf, ne? Ah, die gegnerischen Pokémon, die sind schon... Eigentlich sind sie gar nicht so stark. Die sind aber echt nervig. Wisst ihr? Ah. Jetzt haben wir auf uns jetzt auch noch sowas. So, also Effekte plus sei Dank. Äh... Nichter Weg? Nein. Natürlich nicht. Ich bin erst auf Ebene 6. Das kann doch nicht wahr sein. Beziehungsweise auf 7. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war... fast schon auf 22. Und jetzt sowas. Ich bin so langsam! Ich muss irgendwann mal wieder meine AP... plus Sachen benutzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil ich gerade aus Hydro-Pumpe kann. Und notfalls habe ich da jetzt ein Problem. Aber Akkülle sei Dank ist alles okay. Fast alles. Oh Gott. Ist das ekelhaft! Oh, rein. Eistrahl. Damn. Gefroren. Nein, natürlich nicht nice. Ziemlich blöd. Eigentlich will ich die Gartos besiegen. Geht doch. Ah. Krass. Und es ist wieder nicht der Raum hier. Das ist nämlich Carbone. Was ist das? Kraftpaket. Das ist auch shit. Ein Goldbarren. Goldbarren. Okay. Sag mir jetzt nicht, dass ich der Raum... Oh, das kann doch nicht sein. Warum ist es denn der Raum hier? Der ist doch so relativ in der Nähe. Oh Mann. Virenstärke. Virenstärke ist okay. Kann ich wenigstens nicht mehr vergiftet werden. Blütenwirbel. Alter, Giflo, gehen wir doch nicht hier auf den Sack! Hör doch auf damit! Giflo, was soll denn das? Alright. Das ist eine gute Positionierung, in der wir gerade stecken. Ja, ja, ja. Das sollten wir jetzt... Fast besiegt haben. Aber naja. Natürlich muss mich das Spiel wieder ein bisschen trollen. Den genau der letzte Angriff nicht trifft. Wow. Er hat noch... Du kannst benutzen, was du willst. Einfach, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber den Apfel esse ich gerne. Zumindest komme ich dann auf 78 hoch. Okay, Eichstrahl und jetzt ein Angriff von Hedran müssen reichen. Ja, wenn Hedran natürlich trifft. Aber das trifft es natürlich nicht. Verdessen! Ja! So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Alles nur wegen Notschutz, Leute. Alles nur wegen Notschutz. Ohne Notschutz hätte ich überlebt. Und vor allen Dingen hätte ich auch überlegt, wenn mein Partner Hedran getroffen hätte. Aber Hedran hat natürlich nicht getroffen. Leider. Naja, ich will dem Jungen keine Vorwürfe machen. Weiter geht's. Ebene 9. Wir sind schon fast bei der Held angekommen. Aber nur fast. Ey, cool. Ich bin direkt mal in dem richtigen Raum gespawnt. Alter Schwede. Alter Schwede. Boah, war der krass. So, das gehen wir jetzt erstmal instant Hedran. Damit Hedran jetzt hier auch bloß einen guten Job machen kann, notfalls. Effektivschlag. Ist bei mir, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Weil, meine Angriffe treffen die meisten Pokémon hier sowieso sehr effektiv. War eigentlich nicht. Hättest du ja auch wieder Hedran geben müssen eigentlich. Oder? Eigentlich schon. Aber das ist ja nochmal effektivschlag. Nice. So effektivschlag. Enttäusche ich mich nicht. Thank you. Fassungsorb. Oh, okay. Ist doch blöd. Hätte ich mir denken können, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Okay, auch rein. Da ist der effektivschlag. Den kriegt diesmal sogar hier dran. Oh, Alter. Was hat denn das für eine Reichweite? Schuttstück ist blöd. Schuttstück ist sehr blöd. Okay. Wir sind mittlerweile auch schon auf 10. Komm, Game. Bitte enttäusch mich nicht. Game, please. Please, Game. Please. Und Hedran trifft mal endlich. Geht doch. Ich will nicht die Erfahrungsmut haben. Jetzt kriege ich ja sogar noch ein Level ab vor Darkrai. Okay. Die Rasse Hedran natürlich erst mal wieder komplett aus. Jetzt kommt natürlich auch nochmal Erdkräfte. Die hier gar nichts bringen auf Garados. Aber Hedran benutzt sie trotzdem. Okay, immerhin ist das Slime-Account. Okay. Stärke plus Y. Perfekt. Die nehme ich gerne. Weil Stärke plus X und Y. Das sind, glaube ich, diese Paare, die ich am meisten unterschätzt habe. In meiner Zeit bis jetzt. Die sind nämlich... Oh shit. Die sind nämlich richtig gut, wenn man... Streng genommen sind die halt wirklich sehr gut. Weil die pushen den Schaden schon extrem weit. Und in Kombination sind die halt beide... Boah. Hallo. Du machst mehr Damage und deine Attacken treffen einfach mal öfter. Geht's noch besser? Ich glaube, streng genommen schon, aber naja. Ja, Hedran ist natürlich mal wieder auf kleine Müllbeutel aus. Auch Wolke. What? What? Leg dich nicht mit meinem Browser, sonst komm ich zu dir. Okay, was ist das für ein Sipal? Ne. Toll, Mann. Der ist das nicht überall kaputt gegangen, deswegen. Na. Okay, was ist das? Das sieht noch ein Viskogon aus. Heistrahl. Kritt. Okay. So, das ist Effektivschlag. Ja gut, dann kann Hedran das auch nochmal haben. Oder ich hätte das natürlich nochmal mir geben können. Da muss ich ein Estar-Op benutzen, Leute. Ich muss hier ein Estar-Op benutzen. Ich muss wirklich in der Estar-Op benutzen. Warte mal. Warte mal. Hedran. Hedran, du willst mich doch jetzt komplett... Hedran hat er jetzt aber nicht angegriffen, oder? Doch, Hedran hat angegriffen. Alter, Hedran, du sollst... Mann, warum greift er Hedran an? Hedran. 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 Alter, Leute. Äh... Ist sowieso der ganze Raum aufgewacht, ne? Ah, das kann doch nicht sein, Mann! Was ist das denn? Alles wegen diesem verschissenen Gudra. Los, red um, Mann. Dumme Idioten, ey, wirklich. Scheiß Hedran, ey, ohne Witz. Alles nur wegen diesem Drecks-Pokémon. Wenn der sich angegriffen hätte, hätte ich dieses ganze Problem jetzt hier gerade nicht. Ich verbrauche jetzt so viele Ressourcen dafür. Und ich sterbe jetzt auch wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Mal. Ah, come on! Seriously, alles wegen diesem beschissenen Hedran. Nur weil das einen dummen AOE-Effekt, äh, angegriffen, nutzen musste. Ah, dann noch Lichtschild. Wow. Zum... Ja, klar. Hydropumpe. Wow. Natürlich. So viel Skill. So viel Skill. Wow. Meine Güte, Leute, ey, meine Güte, wirklich. Alles wegen... Ich hab sogar extra nichts benutzt, ey, Star-Ord. Und dann passiert sowas. Wisst ihr, wie das ist? Das ist... Scheiße. Naja. Ich seh's positiv. Erfahrungspunkte. Hey. 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 Natürlich, natürlich. Natürlich. Oh, Mann, Leute. Das ist... Das hat mich gerade echt geärgert. Das hat mich echt unglaublich sehr geärgert. Aber so richtig. Das ist so... Kategorie... So schnell kann... Es von Paradies in die Traufe gehen. Bitte was? Nee, aber so schnell kann's halt von sehr gut auf Kacke rübergehen. Durchatmer. Kann Hitran bekommen. Ich mochte Hitran. Ich mag Hitran eigentlich sogar immer noch. Aber es macht teilweise so große Faxen, ne? Alright. Ich hab immer noch relativ viele Samen. Das passt. Das sollte alles eigentlich gar kein Problem sein. Und wir sind ja immerhin auf Ebene 13. Ja, das heißt... Allzu lang sollten wir jetzt hier sowieso nicht mehr rumgeistern müssen. Ich hab jetzt auch Stärke plus X plus Y. Zielsicherheit. Also, unser Setup ist streng genommen richtig gut gerade. Ja. Unser Setup gerade ist richtig gut, Leute. Was halt noch so fehlen würde, wäre vielleicht Attackensalbe. Attackensalbe würde uns nochmal einen richtig krassen Boost geben. Also, richtig krassen Boost. Dann mach ich auch einen richtig krassen Boost. Aber sonst brauchen wir eigentlich streng genommen nicht mehr wirklich viel. Ich mein, ich krieg jetzt meine One-Hit-Kos hin, wenn ich's will. Und das passt. Ja. Okay, Aufentlegung. Sehr oft. Nee, danke. Und ich habe jetzt auch eine erhöhte Ritrate mit effektiven Angriffen. Es ist okay. Aber, wie gesagt, dieser Monsterraum... Es ist... Es kotzt ein manchmal wirklich an. Dieser RNG-Effekte. Und dann noch diese Synergie unter den Gegnern. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so wirklich... Da fühlt man sich schon ein bisschen hilflos, wisst ihr? Wenn bei denen halt alles so klappt und bei dir dann nicht. Okay. Auch ein Stück weg. Sinelbeere. Komm, Hetran mehr HP ist immer gut. Das ist Goldwaren. Das ist nochmal Sinelbeere für Trikephalo. Trikephalo auch auf über 100. Das passt. Dann gehen wir weiter. 15, meine Damen und Herren! 16, 17, also so viele fehlen nicht mehr. Okay. Durchatmarini rät natürlich immer die AOE-Effekte. Könnte teilweise ganz gut sein. Aber das passt schon. Okay. Bisher, dafür ist die Folge heute wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Dass gestern kein Video kam. Wird damit dann doch mal... ...ein bisschen minimal egalisiert. Okay. Wow. Okay. Und da ist natürlich immer noch das Omo... ...Energiefloor. Das Omo ist schon weg. Okay, top, top Elixir. Ja. Gehen wir mal Trikephalo. Da können wir uns zumindest auch schon wieder auf... ...Feuerodem verlassen. Das ist doch super. Ich stelle mir aber Darkai ziemlich hart vor, Leute. Ich war noch nie bei Darkai. Aber das müsste unglaublich stark sein. Oh, Attackensalve. Nice. Das müsste unglaublich stark sein. Mit so Angriffen wie, ähm... ...Schlummerort. Stelle ich mir Darkai schon ziemlich stark vor. Was macht Hydreigon da oben? Hydreigon allein gegen alle? Hey, Bro. Bitte keine Einzelaktion herabziehen. Das ist zu gefährlich. Schlafrevanche. Oh, nice. Direkt die Treppe gefunden. Okay, gegen Ende hin läuft es mit den Treppen. Nochmal ziemlich flüssig. Okay, okay, okay. Ich glaube, gegen Tandrak kriege ich leider... Okay, ist da jetzt ein Crit. Ich wollte schon gerade so sagen, jo, ich kriege gegen Tandrak leider keine One-Dick-Ko hin. Deswegen, no. Bierenstärke, oh shit, okay. Ich wollte schon sagen, solange es Bierenstärke ist, das passt. Ist zwar auch schmerzhaft, aber... ...besser als einen meiner... ...Stärke plus X und Y Komponenten. Oh, es sieht Reppel heute. Great Gersam! Ködersamen, passt. Brauche ich nicht. Okay, 19. 2021, 2022, go! Nicht mehr so viele. Was ist das denn? Ist nicht der Vicky? Wahrscheinlich wieder ein Visko-Gon, ne? Ja. Das war jetzt nicht so wirklich Value, dass er so oft jetzt das Ding benutzen musste, aber gut. Schneller regeneriert, okay. Meinetwegen, Trigifalo. Trigifalo. Trigifalo! 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 Nice, Slash, nice. Oh, da ist die Treppe. Ah, warte mal, gegen Darkrai ist es natürlich dann ganz... Ah, gegen Darkrai ist er natürlich nicht so schön. Weil gerade gegen Darkrai hätte ich zum Beispiel Bierenkräfte gebraucht. Damit ich nicht von Darkvoid getroffen werde. Und Darkvoid wird Darkrai dann natürlich auch spammen. Spammen. Naja, egal. Das kriege ich schon irgendwie hin. Sag mal. Das ist jetzt Garados, ne? So ein beschissenes Pokémon. Weil, ne, beschissen nicht. Garados ist top. Ne, GPR jedenfalls bei mir. Okay. Mann, ich will jetzt so Darkrai. Machen wir keine miesen, Digga. Ich will jetzt mal in Brohackern sagen. Durchatmen. Ne, komm, brauche ich nicht. Nicht so kurz vor Schluss. Da bringt es sowieso nichts mehr. Ich meine, ich könnte es eigentlich benutzen wegen 5,5 B mehr, 5,5 B weniger. Aber ich bin jetzt gerade zu geizig. Ich bin einfach noch zu Darkrai. Wo ist hier nochmal irgendwas mit dem Spiel passiert? Boah, wenn jetzt was mit dem Spiel passiert, Leute. Ich drehe am Rad. Okay. Calcium, nice. Tauschen. Zack. 21. Weiß ich. Das könnte jetzt der letzte oder vorletzte sein. Direkt an der Treppe gespawnt. Es gibt, glaube ich, in Mystery Dungeon kein besseres Gefühl, als einfach mal eben direkt bei der Treppe zu spawnen. Leute, ihr Mystery Dungeon Spieler. Gibt es da ein besseres Gefühl in Mystery Dungeon als direkt neben der Treppe zu spawnen? Um halt direkt die Treppe zu benutzen? Ich glaube nicht. Oh, Leute, krähte ich Darkrai. Sieht ja schon verdammt edel aus, ne? Ich habe keine Ahnung, wie Nachtmall funktioniert. Äh, nicht Nachtmall. Wie Dark Volt funktioniert. Ich hau jetzt aber sicherheitshalber einfach mal eine Ackerwelle drauf. Und die macht sogar guten Schaden und verwirrt Darkrai sogar. Komm mal. Warte mal, Unheil. Also, ich muss gestehen, ich fühle mich vor dem Spiel gerade echt mega verarscht. Ich fühle mich vor dem Spiel gerade mega verarscht. Und das ist jetzt kein Scherz, Leute. Alter. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, oder? Das ist doch nicht der Kreiß Scheiß Ernst. Das kann er doch nicht ernst meinen. Der will uns einmal Unheilböden und kriegt direkt den Boost. Ja, guck mal, das kann mir jetzt direkt schon den Kampf kosten. Ja, wenn ich Pech habe, könnte mir das jetzt tatsächlich direkt den Kampf kosten. Und Dark Volt ist auch ultra-OP. Wenn das Tempo sich wieder normalisiert, immerhin. Ich mache jetzt auch kaum noch Schaden, Leute. Guckt euch das doch mal an. Ich meine, das ist doch voll uncool sowas. Ich habe eben über 100 Schaden gemacht. Jetzt mache ich nur ganz knapp 100. Das ist doch richtig uncool sowas. Oh Gott. Ja, das sieht ein Meeres hier, glaube ich, ganz gut. Und ich schlafe noch länger. Wir haben noch länger keinen Einfluss. Oh cool, Darkai steht selber. Aber jo, lege den Boss-Pogmon haben wir natürlich immer die Fähigkeit, direkt aufzuwachen. Hey, das ist ja sowas von balanced, dieser Kampf gegen Darkai. Vor allen Dingen mit Nachtmar. Nicht Nachtmar, wer ist der andere angebracht? Keine Ahnung. Ist doch mega beschissen. Yes, trifft nicht. Ich muss mit A-K-Welt so viel Damage wie möglich drücken. Ey, das Darkai wäre doch schon längst K.O., wenn das jetzt nicht hier irgendwie rumgemuckt hätte mit Unheilböen. Ah, meinetwegen noch einen. Ja, das kann doch nicht sein. Alter, wie? Ah, Leute, das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Und das ist einer der Gründe, warum ich müsste die Dungeon teilweise echt zum Kotzen finde. Aber es wurde besiegt. Das wäre schon längst besiegt. Das war gar kein Problem, dieses Darkrai. Aber zweimal diese random Unheilböen-Boost und boah. So ein Boss-Kampf kann schon echt gerade aus der Fall werden. Oh, du hast die Macht der Dunkelheit in den Schatten gestellt. So ein höchst interessantes Gefecht. Ich muss dich nur leider verlassen. Doch wenn du Hilfe benötigst, ruf mich einfach. Wir halten den Windringel von Darkrai. Und Darkrai schließt sich uns wahrscheinlich nur noch an. Meine Güte! Meine Güte! Was war das denn für ein Kampf, Leute? Meine Güte! Also ich sag euch eins, macht euch hier auf RNG des Todes gefasst gegen Darkrai. Hätte ich jetzt hier nicht genug Belebersamen eingeparkt. Puh! Das wäre ganz, ganz schnell böse ins Auge gegangen. Ganz, ganz schnell. Aber zumindest ist der Dungeon hier nicht abgestürzt. Alles super. Bis jetzt jedenfalls. Und Darkrai schließt sich uns an. Perfekt. Ein weiteres legendäres Pokémon, was ich ab und zu auch mal in die Dungeons sicherlich mitnehmen werde. Und das war dann, glaube ich, jetzt Pokémon 649. Fände ich mich nicht irre. Auf jeden Fall eine Menge. War es 649? Ich muss noch schauen. Wie auch so, Leute! Wenn euch die Folge gefallen hat mit dem Salzgehalt gerade, dann gebt dem Video doch immer einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Und ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, 649. Krass. So viele Pokémon, wie es bis zur fünften Gen gab. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns zur morgigen Episode Mystery Dungeon wieder. Hoffentlich dann ohne irgendwelche, keine Ahnung, Fails mit dem Spiel, dass es zweimal crasht. Und ach, weiß der Tor für was. Haut rein, macht's gut, dein Schuh Fruchtweg. Und ciao. Euer Rie.